Hallo und herzlich Willkommen wieder zu einer neuen Folge hier Constrax Simulator mit dem AdCraft aus 27 Ja und der MSGF Ja was soll ich sagen In der Folge war Ad mit dem Stapler unterwegs Ich bin einmal an der Frank-Kartenbahnhof während du wartet bis mich jemand abholt Ich glaube es ist mal Ich hab dich ja so behandelt, ich wollte dich weg haben, du hast meinen Backer Metall gestoppt Du wolltest mich abschieben Du wolltest mich nicht mehr in deiner Region Ich geh jetzt auf die Gleise, du hast ausgeschissen Wo steht denn? Komm Zug Zug Ich mag der Zug mein mich Der Typ mit dem Stapler Ich bin der Stapler Typ, komm Zug, nimm mich Ich mag an dir, mein Wort, wer ist stärker? Ich hab ein Kotelurzug Ich mag mein Zug ist ein Verlass Man kommt ja, man kommt ja, was der sagt Du willst mir ja keine Fahrgarte geben Du weißt schon, ich backer dann hier unter Halk den Boden weg, wenn ich's hinkrieg Ist mir egal, was du machst und so, lass mich frei Nee, ich zerstöre ja Halk Ich hol jetzt ein Taxi Taxi, ich möchte zur Baustelle, nicht Bahnhof, der Idiot, oh Gott, Baustelle Oh, danke Oh, danke Ich bin Zug schon, der Verlass ist dann aus Taxi Will ja, du machst mein Stapler kaputt, ich kraft's dir Ich häng dich auf Ich kraft's dir Im besten Willen Ich sag's dir Ich will noch einen guten Willen, morgen im Schlechten Ich sag's dir Ich sag's dir Was machst du da? Was tust du da mit dem Kran? Ahn Man, man, Ferdinand, was machst du? Was machst du da mit dem Kran? Ich will dich auch gehen Hä? Hast du auch wie nach China? Alter, du hast mein Stapler kaputtgemacht Haha Aaahh ahh Es tut dir, weil ich's, ich glaubte, gerade weg Mein Gott Wie krächt, Zeit, wieder Das ist der andere er hat dann geht der Kette lassen hier raus ich will mich gern ab da das ist der Kacke was weiß denn hier dass mich hier raus los mich hier raus möchten sie weiter bei der halt hatte ich vorhin mal ganz schön muss ich nicht gar nicht nein der bleibt hier stehen dann machen wir auch da nicht fertig er auch der bleibt hier steht wirklich gemacht jetzt mal zum Nachbarschnitzel ein schönes Stück ich kann nicht sein dass sie nicht ob den Stabler die Stabler die Dauer der Dachgeschichte der Rücken nicht wenn ich da bin ich was rauskriegt ich habe er hatte gerade wieder da bin ich noch mal packen das ist das ist er muss auch alles aus r und und der er die das Schiff zu finden 1 ich bin halt Katt also drüben mal das Fahrzeug aufheben warum stand es im Weg oder was denn das ist nicht ich dachte das wurde im Geist aber das kann man auch mal so so was wir geben würde es gibt gar nicht ja Leute, nicht vergessen den Map von der Mistgeber unter der Hand ist fürcht einfach nicht fürcht und dann P.B. hat mit Supermap da muss ich D.A. jetzt wirklich rausbringen so das macht Edgert klar, weil es hat jetzt wirklich die Nauheit gemacht damit endlich mal, ich sitze gar nicht dran, aber egal ich fühle mich hier rauf zu tun wir sind jetzt im Weg wo wir gerade fühle mich trotzdem im Mund da depp, er kriegt nichts so fühle mich aber ab dir ich sag's das ist eine Frechheit hier als Stabler Fahrer kriegt man keine Anerkennung was erwartest du beim Mobbingkraft diese Anerkennung hole ich mir jetzt ich werde jedes Fahrzeug was es gibt auf die Seite gehören wo wir die große Anerkennung soll man neu gespawnt werden die Anerkennung die ich versichne ich sag's euch so rüber die Anerkennung die ich mir verliebt habe das Haus wird in wenigen Sekunden fertiggestellt jetzt wird gerade noch ein ein Timer drin sein es ist mir egal, keiner hat euch hier hier erscheint, ich kann die Anerkennung haben kann ich das Fahrzeug nicht umgeben das ist nur mit den Loks es ist Geld ich will jetzt in Ordnungsfahrzeug kaufen das sind mit den Fahrzeugen, das ist zu schwer als feier das da ist kann ich das nicht, jetzt geht's ich möchte heute noch ein ordentliches Fahrzeug aufnehmen es ist mir egal ich habe anderen beschweren hier sag's dir du auch, aus geidem Grundschau der kippt einfach alle Fahrzeuge ah, das ist zu schwer du wirst doch mit gewartet hier denn mit dem Typen soll ich spielen, mein ich würde mich hier mitmachen kommt dir kein einzig Meter voran also ich glaube, heute hat er wieder eine Macke der Polen mal gesagt, nimm mal auf weg da mit dir aber das dreht wird frei, ich kann auch nicht vergehen, das ist Ed das Auto muss fallen ganz einfach so ah, weg da mit dir so ich kann die sind zu mir leider noch nicht backen ich habe gesagt, weg da mit euch so Geh da, ist gut, 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 gut Dieter, 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 Geh weg da, ich wollte das auf anderem aufgeben geh weg später klar, das geht sag mal ne, kack, Hitbox ne, kack, Hitbox ne, kack, Hitbox ne, hier hier Hitbox ist nämlich quadratisch nicht quadratisch er wird bestehen wenn da vorerst geht bleibt so steht sagt wer hat wer hat hier gewürtet alter schau den an was der sich hier traut der fährt hier einfach rein alter lieber Gerta schwindet gut dann geben wir mal fahrt zu kaufen warte, mal guck mal was das leistet damit ich neu spät habe ich will auch ein neues Spielzeug und kann man gleich zwei davon aber überweist über Geld sonst gibts mal ich hab nix sonst stepperns mal ich hab nix du kriegst ja Fahrzeug ich hab unter 100.000 ja und was soll ich dir da jetzt überweisen alles aus der Presse du hast selber was ne, ich muss ja einkaufen gehen auch noch mehr kriegst du nicht du Schiff da hab ich noch 27.000 das brauch ich selber du hast neues Spielzeug gekauft du sollst gefälligst neues Spielzeug kaufen eigentlich alles gekauft aber dann wird es nicht genommen du hast Geld abgezogen? nein nein ja dann einkaufen also sie benötigen Spezialtransportauflichter ja einkaufen kann man da Spezialtransportauflichter im blauen da würde ich gleich draufpacken ja wahrscheinlich und dann müssen wir fahrt wenn wir dann einkaufen ja komm 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 jetzt gehts was ist er jetzt hin? das fahr mal her und zuhause vielleicht rauf wollen wir einsteigen? Raupenkran möchten sie den Aufbau des Raupenkran an dieser Stelle beginnen? nein ach Gott das ist ein einziger hier das geht gar nicht oh zuhause rauf super das steht zuhause ja China kack da können alles nein style äh so im Gelände Stadt das sind näher ach so die scheiß Wichten haben sie hier hingelaufen alt das wäre das mit neuer alter das da ganz ganz anfordern ich will nichts anfordern ich will nichts anfordern den kannst du anfordern nein den kannst du so einfach auch aber er fragt er möchten sich hier den Aufbau beginnen ja das muss er schon machen das ist echt klar wenn er versteht was du willst von ihm ja alter Schäler haben wir Aufträge jetzt? was nicht mal komm Aufträge äh der ist jetzt gerade drei oder ja alter Monatier abbringung 103.000 auf der dritte bleibe füllen ich weiß 200 dauernd da wo es einer Spitze geht so es war ein besonderes Aufträger mit dem Frauen doch den Kraftanlage Wuhu Ja, nehm an Nehm an Ja, ist ne 237.000, nehm, voll scheiße Aber baubach Aber, aber da haben wir was Ach, tragen an, ne, weißt du Boah, war da ansprechen Boah, war da drüben, bei der Baustelle So, ähm Wir haben irgendein Begleitfahrzeug, was noch liegt Muss ich mich dann sowieso zurücksetzen Aber ich glaube, Begleitfahrzeug, nein, nein Jetzt liegt es, das erste liegt dann Belast mein Begleitfahrzeug So Das muss ich jetzt resetten Na, hi, du darfst ja nicht Und das kann ich nämlich nur zum Firmgelände resetten Puh Das ist ne Frechheit Los geht's Leute, herzlich willkommen bei unserer Mission Fahrsimulator 3.0 mit der Mistkel 3.1 ist die aktuelle Version Wow Und er trifft jetzt 27 Nicht zu vergessen Heute wieder am Start Natürlich alle Markenunterstützungen Von Liebherr M.A.N. Oh, oh Und nicht zu vergessen Stil Von Stil Ein Spiel von Astragon und Weckenbauer Gibt ja mehr Also der Weltenbauer, die bauen Welten zusammen Ja Auch Und das ist eindeutig 70 Aber Wie ist es, haben sie das Schild gelesen? Ja Ist einfach so mein Problem War die Ampel gerade grün? Ich hab's nicht beachtet Auf jeden Fall ist der Platz, wo wir's jetzt hinstellen, sehr interessant gewählt Und er gefällt mir sogar relativ So von der Idee, den dort aufzubauen Aha Gut, dass du das hörst Aha 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 Ja Ja Das Das für ein Spiel Einmal überschlagen Dir geht's gut Und hier? Nein Was ist dein Problem? Kopfschmerzen Und die fühle mich gefuckt Ich muss hier mit dem Stabern nicht mehr Der Typ klagt eklig über Kopfschmerzen Ja, wenn du da so unten fernst SPI wieder schön Ja, das ist kein Lieder bei uns Das ist ein langmaler Egen Schnee, wir sind gerade hier an der Anfangszeit Oh, ihr ist Schneezeit Heute ist heute Heute ist heute Heute ist heute und morgens morgen Piste dann eigentlich schon, Leute Morgen ist Sonntag Gestern war Freitag Und Leute Ach so, hier drüben Ich hätte eher auf der anderen Seite gedacht Genau deswegen bin die ausgestiegen Für tüs Nur wieder hier So, ja, ja, ja Und jetzt? Macht den Baustellbereich frei Na, ha, mit was denn? Mit dir? Verdichte den markierten Bereich Mit was? Haben wir laufen, nicht, oder? Doch, wir haben alle Fahrzeuge Wir brauchen wieder aus Nein, wir fahren nicht da raus Wir fahren das hier schon mal als erstes Absperrfahrzeug Das ist so ein komisches Geräusch 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 Ich schrei mal hier aus, ich gebe mir das auf Nein, ich möchte das auf Nein, ich möchte das auf Das ist so ein Das ist das Spiel, man kann nicht mein Bach benutzen Die Lacke, ja, hey Das heißt nur für die Geräusche Das heißt nur für die Geräusche Rauten übrigens noch ein LKW Geht sich das aus, oder wollen wir wieder einen her schaffen? Das geht von Geld nicht mehr, ja Wenn dann noch eine Monat Abwendung ist, dann ist es vorbei Okay, hast auch wieder recht Wo ist denn jetzt der Bagger? Der Bagger steht hier Also wir müssen jetzt den Bagger nach Hause transportieren Ja, das geht nur den Bagger nach Hause Mache ich die Rollklops fertig Rollklops fertig? Nein, ich bin überall schwer transportiert Begleiter so herum Wo ist denn jetzt der Bagger? Ich glaube es kann man mal Können mal bewohnt auf lande, der roter Scheiß Nein Jetzt bei mir auf Da hol ich ja gerade Haben das Buch und Vater, ich nehme damit ab Können wir so einen kleinen Anhänger auf Nee Boah Und Putzmagen Noch näher Ja, Leute, was wir noch nicht machen Das sieht dir dann Also schaut der gespannt zu Wenn schön ist, wir bauen In diesem Sinne Ciao 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 Ciao